Und das erste Gebot heisst, jeder Vorsatz braucht einen Massstab. Unserer heisst Gesundheit. Mein Doktor sagte mir jüngst beim Adieu aus der Praxis, auch wenn alle deine Werte gut sind, schau, dass du nicht rund wirst, aufs Alter, bewege dich so viel du kannst. Ich laufe viel im Alltag. Zu Fuss gehen im Alltag ist schön, es kostet nichts. Ich kann einfach ein Bein vor das andere bewegen und fort geht's zur Gesundheit. Das Schwierige, wir tun das naheliegende selten präziser, gut ein Drittel tut es gar nicht. Sie tun es auch nicht, weil der öffentliche Raum seine Schönheit für die Fussgängerinnen und die Fussgänger auch in unseren Gemeinden still und leise verliert. Und wie das geht, das sagt das zweite Gebot mit. Du sollst das Kind ehren. Was gut ist für das Kind, ist gut für alle. Öffentlicher Raum ist dann gut, wenn er den Kindern gefällt und gut tut. Und also heisst das dritte Gebot, willst du gesunden öffentlichen Raum, frage das Kind, höre seine Lieder, schaue seine Augen, achte seine Spielfreude, lies seine Angst und übersetze seine Fantasie in Verbesserung von Wegen und Plätzen. Wir aber sehen, dass selbst in den Dörfern Mütter mehr und mehr Mama-Taxi fahren, 100 Meter schöner Fussweg und dann 50 Meter brandgefährliche Strasse nützen nichts. Doch das vierte Gebot will nicht dem Auto an den Kragen, es fordert Schönheit. Willst du gesunden öffentlichen Raum, baue ihn schön. Und Schönheit meine ich ganz praktisch, brauchbar, sinnvoll, nötig, abwechslungsreich, vertraut, harmonisch. Und darum heisst das fünfte Gebot, wir müssen die Zeit zurückdrehen, um die gesunde Gemeinde vorwärts zu bringen. Mein Grossvater war bis ins Alter ein Fussgänger. Sport, das war etwas für Neumödische. Unterwegs traf er jenen und den, das zu Fuss gehen fördert die Bewegung und es fördert die Begegnung. Das sei gut für die Seele. Darum heisst das sechste Gebot, wer weder dem Doktor noch der kantonalen Gesundheitspräventionistin glaubt, der soll meinem Grossvater glauben, Fussgang ist gesund. Und so sagt das siebente Gebot dessen, der es ernst meint mit der Gesundheit in der Gemeinde als Teil des Alltags. Das Auto muss im Schritttempo durch den öffentlichen Raum fahren in der Gemeinde. Denn der Schritt ist der Massstab der Fussgängerin, die Langsamkeit ist ihr Lebensgefühl. So soll in den Zentren der Dörfer Schritttempo gelten für Autos und Traktoren und Velos. Und trotzdem ich von Velos zweimal überfahren worden bin, heisst das achte Gebot, auch Velofahren ist gesund. Du sollst dem Velo aber genügend Raum geben. Eingepackt wie Servalas brausen sie elektrisch angetrieben in ihren windschlüpfrigen Kostümen über die Wege und jagen uns Fussgänger über die Böschungen eines Weges hinunter und hinauf. Wenn wir für die Velos mehr sichere Fahrbahnen einrichten, dann auf Kosten der Automobile und nicht auf Kosten der Fussgänger und nicht auf Kosten der noch weglosen Landschaft. Und darum heisst das neunte Gebot, soll der öffentliche Raum gesund sein, musst du für ihn einen gesellschaftlichen Sinn finden. Er braucht Arbeit. Die Menschen müssen Lust und Sinn darin sehen, sich zu Fuss im öffentlichen Raum zu bewegen. Auch der Volk ist nun online. Digitalisierung im Dorf heisst zum Beispiel, dass immer mehr Lieferwagen von United Parcel Service und Federal Express mit all den Päckli von Zalando, Alibaba und Amazon durch unsere engen Strassen fahren. Sie sollen das nicht mehr tun, sondern die Päckli im Volk zum Beispiel zentral lagern, wo wir sie abholen. Die Volkverkäuferin händigt sie nur dem oder der aus, die zu Fuss kommt. Die zweite Idee, es gibt keine Parkplätze mehr im Dorf, sondern nur noch an seinem Rand. Mit diesen zwei Spekulationen zur rundum gesunden Gemeinde kommen wir zum zehnten Gebot für das gesunde Leben in der Gemeinde. Und es fasst die neun Vorgänger zusammen. Zu Fuss gehen ist gesund und schön, darum kauft gute Schuhe, einen grossen bunten Regenschirm und tut, was euch gut tut, geht zu Fuss. Die Neuner Die Neuner Die Neuner Untertitelung des ZDF, 2020